Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Heute ist der 1. Mai. Das ist der Tag der Arbeit und mein Geburtstag. Seit Jahren wünsche ich mir etwas ganz Spezielles. Das ist nicht nur ein normaler Geburtstagswunsch. Das ist sozusagen ein Herzenswunsch. Möchtet ihr wissen, was ich mir wünsche? Leider, leider darf ich das nicht verraten, sonst geht mein Wunsch nicht in Erfüllung. Aber ich wünsche euch noch einen schönen 1. Mai. Tschüss!